Ich komme in das Business rein. Fick euch Schneider. Was heißt hier bitte? Leider, ich mache und mache was ich will. Hört bitte auf mit diesem Spiel. Ich höre immer zu viel. Ich spiele mal aber sonst sehr. Ficke dieses Postes. Ich werde niemals irgendein Mädchen für den Ball lieben. Dazu bin ich zu stolz. Wenn ich das machen würde, würde ich mich selbst umbringen. Wenn ich einfach nicht damit leben könnte. Ich weiß am besten wie es ist, diese Erfahrungen zu machen. Ich wünsche sowas kein Mensch. Bitte hört einmal zwei Meinungen und es war nur einer. Bitte gib mir einen Plan, damit ich sowas vergesse. Schneider. Euch braucht keiner. Fick, 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 Fickere-Hater. Ihr könnt mich nicht schaden. Ihr seid doch nur belieben Damen. Ihr wisst, ich habe ja einen Schaden nicht auf meine Waffenladen. Ich brauche Ich will keine Frau für Ficken, wenn ich will, bin ich jeden Tag am Decke, ihr schreibt mir, ob ich besissen ist, doch ihr wisst, ihr seid noch besissener als euch er sonst besissen. Ich werde mich nie verpissen, ich werde immer da bleiben, um zu dissen, manchmal werde ich in eurem Kissen, ich habe keine Antwort von niemandem. Toilet, nur geht mich zu testen, Tripkiller, ich weiß deutsch, wo bist ne Bits, aber du rappst noch schlechter als ich. Du sagst, ich habe ein Stotterproblem, hm, ok, damit kann ich leben, aber eine Sache, das was ich habe, ist nicht stottern, sondern Sprachfehler. Du benutzt einfach die Wörter, die ich von sie gegen CEO gebracht habe, wie, das heißt nicht, Ben, sondern Grab. Willst du mich eigentlich verhassen, aber ok, dass ich gerade die ganze Dischleinsperrein und dann noch sagen, es sind seine eigenen, ich habe schon alles, was ich verstanden habe. Ich habe einfach ausgekontert, aber ach, ok, ach, egal wie die eigenen Gegner mein Vater war, du bist so ein Grund, so dass es reicht, wenn ich das auf Sunny Dischleins geht und zum Wettbewerse zu gehen und dich verwenden muss. Aber das findest du in deinen Dischleins und du nimmst dir kurz mein Bild, mein Vater zu sitzen, doch du bist noch herzlich ein schlossgrauen Sieger zusammen. Deine Meinung nach